Hey Freunde und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde Reigns. Wir werden heute Georg den siebten König spielen und werden mal sehen. Wir haben ein paar neue Ziele gekriegt. Wir haben immer noch probiert den blauen, ich habe immer noch keine Ahnung was das ist. Wir werden es noch rausfinden und wir sollen regieren wie ein Gewinner. Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir das schon längst getan haben. Aber es ist als neues Ziel, ja also werden wir auch regieren wie ein verdammter Sieger. Und wir sollen einen Erben haben, also müssen wir uns wahrscheinlich irgendwie die Königin besorgen und knickknack machen und dann haben wir einen Erben. Aber mal schauen, wir fangen erstmal an als Georg, der siebente König. Und wir schauen mal, die Goldschmieden der Haumstadt haben zur Bündelung des Handels ein Kartell gegründet. Seid ihr einverstanden? Ja, können sie doch machen. Das ist doch nur gut eigentlich. Oder nicht? In einem westlichen Dorf hat man Angst vor Kobolden. Wer soll sich um die Sache kümmern? Die Kirche? Äh, wie ja? Selber? Aber es sind Kobolden. Äh, wir machen es mal. Okay, war schlecht für die Kirche. So viele Leute müssen hingerichtet werden. Ich brauche die Hilfe der Armee. Nö, kannst du selber machen. Letzte Nacht habe ich merkwürdige Geräusche in der Burg gehört. Es sollten mehr Wachen patrouillieren. Aber warum Geräusche in der Burg? Ist doch egal. Du glaubst doch nicht einshaft, dass es da Geister gibt. Oder Fürst Adelmar? Ich sage nein. Das Königreich des Südens bietet an, sich gegen die Wikinger mit uns zu verbünden. Ich vertraue ihnen. Ja, können wir auch machen. Ist besser, glaube ich. Aber wenn die Wikinger nochmal angreifen, vielleicht haben wir dann so einen kleinen Vorteil. Weil die haben ja letztes Mal schon... Ja, war eklig, die zu besiegen. Die haben uns ein bisschen was gekostet. Und in den Minen sind wir nun auf Gold gestoßen. Sollen wir tiefer graben? Ja, vielleicht ist da noch mehr Gold. Oh, das hat natürlich Leute gekostet. Die müssen da natürlich in Stollen rein und arbeiten. Das ist natürlich, ja... Na, Pech gehabt, ne? Ein heiteres Grüppchen eurer betrunkenen Soldaten. Da hat ein Kloster geplündert. Wir wollen Gerechtigkeit. Ja gut, plündern geht natürlich gar nicht eigentlich, ne? Das Problem ist, Kirche und Armee sind beide nicht ganz so gut gestellt momentan. Aber ich drücke einfach mal Ja. Ja, okay, ist schon in Ordnung. Sieg, die Wikinger sind geschlagen. Sollen wir alle Gefangenen töten? Lasst sie gehen. Also lasst sie gehen wird, denke ich mal, für alles gut sein, außer für Armee. Und keine Gnade wird für alles schlecht sein, außer die Armee und fürs Geld. Ich würde sagen, wir lassen sie gehen. Wir lassen Gnade walten. Wir lassen sie gehen. Ja, das war nur für die Armee schlecht. Und eure Festung ist zu schwach. Wir sollten einen neuen Turm bauen. Äh, sagen wir mal Ja. Das ist dann gut für die Armee und Geld geht ein bisschen runter. Aber Geld haben wir genug, also können wir uns das leisten. Möchtet ihr die junge Prinzessin eines benachbarten Königreichs heiraten? Ja, das machen wir. Das ist immer gut. Majestät, wir sollten Geld für eine Gemeindescheune ausgeben und so Hungersnöten vorbeugen. Das können wir gerne machen. Wir haben mehr als genug Geld. Dies wirkt sich jedes Jahr aus. Oh, sehr schön. Die Scheune war teuer, aber sie schützt gut gegen Hungersnöte und damit verbundene Aufstände. Sehr nice. Haben wir uns wieder hier unten was Kleines verdient? Ich frage mich, wo unser Krankenhaus hin ist. Wir hatten ja ein Krankenhaus gebaut, aber das ist irgendwie nicht mehr da. Ich weiß nicht, wieso es weg ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich resetten sich die Sachen auch irgendwann immer wieder. Deswegen weiß ich nicht genau, warum es weg ist. Und hier hat jemand im Wald blaue und braune Pilze gefunden. Der Blaue scheint essbar zu sein. Probiert den Blauen. Das werden wir jetzt machen und noch ein Ziel damit erreichen von General Bloomington. Oder Bloomington. Wir werden den Blauen essen. Der Benommene probiert den Blauen. Dies wirkt sich jedes Jahr aus. Blauer Pilz. Ihr fühlt euch plötzlich sehr glücklich und dann passieren seltsame Dinge. Ich sagte es doch euch gleich. Es sind Drogen. Der Blaue ist eine Droge. Dieser Kuchen wird euch einen Vorgeschmack aus Paradies geben, Majestät. Von Madame Selvige. Selvige. Und Magenkrämpfe. Ja komm, mach Paradies. Hau ein. Erzbischof von Allermein. Okay, wir haben den Blauen gefressen und wir sehen jetzt hier richtig Halluzinationen. Der Typ ist jetzt einfach ein Hase. Müssen wir eine neue Kirche bauen? Ist das wirklich nötig? Ich glaube, es ist nicht nötig. In einer meiner Hände habe ich ein Geschenk für euch. Links oder rechts? Es gibt uns auch unterschiedliche Sachen oben, wie ihr seht. Links gibt uns Armee und Geld. Rechts Kirche und Geld. Ich nehme Armee und Geld. Ah, ist was schlecht für uns. Borat Schandlo gibt euch einen toten Vogel. Dann läuft er kreischend weg. Danke, Borat. Genau das, was ich mir gewünscht habe. All unsere Katapulte wurden sabotiert. Gott wird uns schützen. Findet die Verräter. Oh, das hat beides gekostet? Ich dachte ehrlich, dass es uns das bei Armee dazugibt. Aber gab's nicht. War beides runter. Kirche und Armee. Nicht gut. Zu viel Zucker, Majestät. Das bringt euch noch um. Ja. Aber es ist ein süßer Tod. Majestät, wollt ihr mit mir flechten? Fechten, fechten. Ich habe Flechten gelesen. Alter, warum? Ich bin ein guter Lehrer. Lasst uns ein wenig Geld setzen. Oh Gott. Fechten wir. Er würde uns jetzt angreifen. Äh. Wann genau? Nein, wir greifen ihn an. Okay. Wir fechten, wir fechten. Ihr seid ja so langsam. Das wird ja nie enden. Nie. Wir werden nicht zurückweichen. Da hat er uns zurückgedrängt. Nicht gut. Nicht gut. Ihr wirkt wie ein leichtsinniger, worum der gegen einen Adler zu kämpfen versucht. Er ein kleines Rebhuhn. Wir gehen weiter nach vorne. Jetzt werde ich mich verteidigen. Ach, jetzt erst. Er könnte sein, dass er blufft und sich gar nicht verteidigt. Äh. Wir verteidigen auch. Er verteidigt sich wirklich. Okay. Dann weiter nach vorne. Er weicht zurück. Und jetzt wird er uns angreifen. Okay. Wir weichen zurück. Ah. Er wird uns wieder angreifen. Ich weiche nochmal zurück. Jetzt greife ich wieder an. Okay. Es ist ein bisschen tricky. Wir müssen so ein bisschen auf das achten, was er sagt. Und dann vor und zurück weichen. Es ist quasi, ist halt fechten. Es geht vor und zurück. Und er sagt jetzt, euer Mund ist eine bessere Waffe als der Zahnstaucher, den ihr da haltet. Sicher? Dann kommt doch her. Ich gehe mal davon aus, dass er uns jetzt angreift. Ich werde zurückweichen. Ah. Hat er uns erwischt. Neue Technik. Tückische Schornisse. Nächstes Mal macht ihr es besser. Soll ich euch ein paar Ratschläge geben? Ja, bitte. Mach mal Ratschläge. Beim Fechten müsst ihr gut abwägen. Der Angriff ist explosiv und klar. Die Verteidigung. Listig und tückisch. Fahrt fort. Wenn ihr euch verteidigt, habt ihr eine Chance, in der folgenden Runde eine Spezialtechnik auszulösen. Okay. Das ist cool. Seht euch euren Gegner an, denn so könnt ihr neue Stöße und Finden erlernen. Vielen Dank. Okay. Machen wir das mal. Vielleicht sind wir beim nächsten Mal ein bisschen besser, weil wir haben ja schon einmal im Dungeon von diesem einen Skelett aufs Maul gekriegt und das will ich eigentlich ein weiteres Mal nicht erleben. Und jetzt wollen wir einen neuen Marktplatz bauen. Er wird unsere Wirtschaft, er wird unserer Wirtschaft den Fernhandel eröffnen. Ja, dann machen wir das. Ist doch gut. Majestät, ihr sterbt an einer Lungenentzündung. Warum sterben wir an einer Lungenentzündung? Sterben wir doch gar nicht? Hä? Hä? Er hat gesagt, wir sterben an einer Lungenentzündung. Ich konnte nur zwei Sachen ausfällen. Das bedeutet eigentlich immer, dass wir sterben und wir sind gar nicht tot. Nun gut. Die Baronien des Ostens führen wieder Krieg und ihre Bevölkerung kommt scharenweise zu uns. Schließt die Grenze. Wir lassen hier niemanden rein. Mein Liebster, ich möchte ein Turnier ausrichten. Königin Elisabeth. Ja, mach doch. Einfach mach doch. Er kostet halt ein bisschen Geld, aber es bringt halt der Armee und den Leuten was. Bisschen Belustigung, ein bisschen Kampf und so. Wir sollten Wallfahrten zum Grab des heiligen Armand einführen. Ja, können wir machen. Oh, ich muss aufpassen, dass das Volk nicht zu hoch wird. Es gibt sonst Ärger. Dann sterben wir wieder. Ich möchte der sagenhaften Umwandlung von Blei in Gold nachgehen. Finanziert ihr die Forschungen? Nein. Nein. Oh, das bringt der Kirche was. Die Leute halten euch für einen guten König. Wir sollten die Steuern erhöhen. Das kann ich machen. Das macht die Leute ein bisschen runter. Geld ein bisschen hoch. Genau das, was wir gerade brauchen. Spielen wir eine Runde roter Zwergmajestät. Zunächst mit kleinem Einsatz. Ich möchte euch nicht ruinieren. Ah, lieber nicht. Ich habe nicht so viel Geld momentan, mein Freund. Mein Liebster, ich sterbe und weiß nicht warum. Bitte bettet mich im Grab meiner Eltern zur Ruhe. Königin Elisabeth. Warum stirbt sie denn? Aber na gut, wir betten sie im Grabe. Zur Ruhe? Hat uns überhaupt nichts gebracht. Hat alles runtergemacht. Keine Ahnung warum. Die Ernte war fantastisch, Majestät. Gebt dem Volk zu essen. Gebt dem Heer zu essen. Ist eigentlich beides scheiße. Weil Herr und Volk beides relativ hoch ist. Aber ich würde jetzt einfach mal spontan Volke sagen. Oh, es bringt alles hoch. Okay. Natürlich. Wenn wir dem Volk was zu essen geben, sind alle insgesamt glücklicher. Und sie sind natürlich auch produktiver. Dadurch nehmen wir gleichzeitig mehr Geld ein. Obwohl wir unser Essen quasi verfüttern. Das ist eigentlich logisch. Majestät, möchtet ihr von meinem Kuchen probieren? Dafür ist es zu heiß. Euer Diener. Euer Diener? Der Kuchen ist ja lecker. Okay, danke. Nice. In der Hauptstadt ist die Cholera ausgebrochen. Der blaue Tod wütet. Äh, schließt die Burgtore. Okay, das hat Leute runtergemacht. Endlich. Es war viel zu hoch bei denen. Ein falscher Klick und die hätten mich platt gemacht. Ich kann euch ein paar Dinge über weiße Magie beibringen. Ähm. Ja, okay. Wie man das Schicksal versucht. Weitere Vorschläge. Wie man den Teufel betrügt. Weitere Vorschläge. Wie man glücklich wird. Weitere Vorschläge. Tut mir sehr leid. Mehr habe ich erst einmal nicht. Ja, macht nichts. Okay. War dumm. Wir hätten uns zwar jetzt entscheiden sollen besser. Unser Heer ist stark und wir gewinnen den Krieg. Sollen wir einen Friedensvertrag erzwingen? Ja, ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Die Wallfahrten zum Grab des Heiligen Armand zieht tausende von Leuten an. Dürfen wir daraus Kapital schlagen? Nein, dürft ihr nicht, Kirche. Nein, die werden einfach zu machtvoll sonst. Und dann werden wir wieder zu Märtyrer erklärt und werden wieder getötet. Das möchte ich vermeiden. Zu viel Zucker, Majestät. Das bringt euch noch um. Ja. Ich sage diesmal mal ja und nicht ein süßer Tod. Nicht, dass wir wirklich noch irgendwie am Zuckertod sterben. Das wäre nicht nice. Wir haben eine unbekannte Leiche im Verlies entdeckt. Ihre Hände fehlen. Sollen wir die Garnison verstärken? Ja, macht mal besser. Oh, die Armee ist viel zu hoch. Oh, oh. Ich kenne den Mörder aus dem Verlies. Das ist der tückische Henker. Warum sollte der Henker jemanden töten? Der Henker wird schon dafür bezahlen, dass er Leute tötet. Aber na gut, vielleicht hat er mit jemandem Streit gehabt. Glauben wir ihm? Ich glaube euch. Okay. Ich. Gewalt ist mein Beruf, nicht mein Vergnügen. Ich ziehe lieber Gemüse und erfreue mich an der Natur. Glaube ich ihm? Ich glaube ihm mal. Und wer ist denn der Mörder? Ich weiß es nicht. Auf welcher Straßenseite sollten Kutschen fahren? Auf der linken. Ne, auf der rechten. Auf der rechten Seite. Ja, ja, ja. Wir möchten für die Bildung des Volkes sorgen und eine Schule in der Hauptstadt errichten. Ja, tut dies. Ist gut. Lang lebe der König. Heute werdet ihr 50 Jahre alt. Schön. Danke. Feiern wir. Hey. Wir haben eine weitere Leiche im Verliese entdeckt. Die Leute werden nervös und fordern mehr Sicherheit. Ja, mehr Sicherheit. Nein, die Armee wird zu stark. Die Armee wird zu stark. Die sind viel zu stark, die Armee gerade. Guckt euch das mal an. Die sind fast komplett voll. Das ist nicht nice. Das ist gar nicht gut. Ich bin Schwester Pauline, Direktorin der neuen Schule. Helft uns, die jungen Seelen zu fördern. Nein. Ich habe keine Zeit. Der Uralte regiert mindestens 40 Jahre. Wir haben jetzt 40 Jahre regiert. Ist ganz nice. Läuft ganz gut. Und ein paar wütende Schlitter machen Jagd auf Hexen. Dürfen wir tödliche Gewalt einsetzen, falls nötig? Nein. Wir müssen die Armee ein bisschen runterdrücken. Die sind zu machtvoll. Die Ursache des Aufruhrs war wohl vergifteter Roggen. Sollen wir unsere Getreidevorräte verbrennen? Ja, machen wir. Ist besser. Ohne Vorräte besteht das Risiko, dass euer Volk in den kommenden Jahren verhungert. Naja, wir haben uns extra hier unseren Getreideschuppen errichtet. Ständig missachtet ihr meinen Rat. Vertraute mir, Majestät. Natürlich vertraue ich dir. Deine Räte sind manchmal bescheuert. Gebt uns genug Macht, um in eurem Land Gottes Recht durchzusetzen. Der Papst ist bereit, dafür zu bezahlen. Ich brauche kein Geld und ihr braucht nicht mehr Macht. Ich bin ein Serienmörder. Ihr seid mein Henker. Ich hasse meinen Beruf. Könnte ich nur... Niemand sonst will deinen Beruf machen, Mann. Hilfe, Hilfe, die Gemeindescheude brennt. Entsendet die Garnition. Ja, los, mach das Feuer aus. Ich könnte der Henker werden. Doktor, was? Warum? Ich suche einen einfachen Weg, exotische neue Gifte zu testen. Ich kann auch zahlen. Ganz bestimmt nicht. Klar, warum nicht? Mach ruhig. Oh, fuck. Das Volk ist jetzt ganz unten. Schnell wird klar, dass Hygiene die geringste Sorge des Doktors ist. Alter Scheiße. Den Experimenten an Strafgefangenen folgt eine schreckliche Seuche. Ihr seid unter den ersten Opfern. Hat wahrscheinlich unser ganzes Königreich dahin gerafft. Weil der Typ einfach seine Instrumente wahrscheinlich nicht sauber gemacht hat. Hat sich eine Seuche gebildet. Und das ganze Ding ist draufgegangen. Die ganze Burg. Die ganze Bevölkerung. Sieht so ein bisschen aus, als wäre es Lepra gewesen. Wie da so der Finger abfällt. Scheint nicht gut gewesen zu sein. Aber wir haben 46 Jahre überlebt. Das ist verdammt nochmal ein neuer Highscore. Letztes Mal waren es glaube ich nur Paar und 20. Das ist ganz nice. Mal fortfahren drücken. Wo sind wir denn jetzt hier? Lang lebe der König. Robert, der achte König. Wir sollen den Spion rekrutieren. Wie ein Gewinner regieren. Und einen Erben besitzen. Ja gut. Vielleicht schaffen wir es das zu erreichen. Als Robert, der achte König. Was wir in der nächsten Folge versuchen werden, Freunde. Und ich würde sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Reigns. Ich weiß auch gar nicht wie lange das Spiel geht. Ob es dir irgendwann ein Ende gibt. Wenn man lang genug als König gewesen ist. Oder so. Keine Ahnung. Wir werden einfach mal immer weiterspielen. Immer mal eine Folge machen. Und mal sehen ob es irgendwann ein Ende gibt. Oder so. Wir zocken einfach so locker vor uns hin, Freunde. Und ich würde sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Reigns wieder. Macht's gut. Und bis dann. Ciao, ciao.